Wird Ihnen präsentiert von DEIN MESSESTAND – Angebote für Messebau. Die Firma Kammerag ist ein Traditionsunternehmen im Bereich Schwerlastfahrzeuge. Wir sind dieses Jahr 50 Jahre alt, Gründung 1969. Wir sind in Ulm ansässig, in Baden-Württemberg. Wir haben zwei Hauptthemen. Einmal den Logistikbereich, wo wir die Fahrzeuge hier sehen. Wechselbrückenhubwagen, Truckwiesel für den Logistikbereich. Und wir haben für den Industriebereich und Spezialfahrzeugbereich Fahrzeuge wie Schlackentransporter, Werfthubwagen, Industriehubwagen für die wirklich großen Gewichtsklassen. Wir gehen also hoch bis zu Tausenden von Tonnen, wo wir transportieren können mit einem Fahrzeug.